Hallo zusammen und willkommen zu meinem letzten Test von Beyond Contact, einem open-worldigen Survival-Spiel? Sowas in der Richtung zumindest. Wenn ich die Kommentare auf Steam richtig deute, versucht das Spiel sehr viele Sachen zu sein. Ist noch nicht so ganz ausgeprägt, aber ich wollte trotzdem mal reingucken, weil der Artstyle mir gefällt und weil die Entwickler mir das Spiel Kosmos gegeben haben. Ja, gucken wir mal rein. Schnellstart. Nein, ich will schon gucken, ob man nur die Charakter irgendwie anpassen kann oder ähnliches. Also ich spiele alleine. Spieltyp, Geschichte, Erfahrung mehr über die Krise auf Kettern und Ritter die Welt, Eroberung, Erobergebiete und lösche die Verderbnis aus. Kann ich beides? Das ist ein bisschen irreführend. Sind das wirklich komplett unterschiedliche Spielmodi? Oder wird dadurch quasi festgelegt, wenn ich das hier auswähle, ist es ein bisschen kampflastiger? Aber ich kriege trotzdem Geschichte. Und hier ist es halt so, Kampf ist fast irrelevant und man guckt sich einfach alle Sachen in Ruhe an. Ich habe keine Lust, 20 Minuten lang eben hier Texte vorzulesen. Ich schnitzel ein bisschen. Gucken wir mal. Planeten, Kettern, die Heimat der Brachilonen und später wohl auch noch andere Planeten. Kann man dann später von Planet zu Planet springen? Gucken wir mal. Quinn Hicks ist ein Neuling im Weltraumchor und hat erst kürzlich einen Abschluss gemacht. Dank ihres grenzenloses Enthusiasmus und ihrer Neigung, jede Woche ihre Leidenschaft etwas Neues zu entdecken, ist sie zu einer vielseitigen Agenten im Außendienst geworden, die sich an jede Umgebung anpassen kann. Okay. Zane. Außerirdische. Die fast einen komplett identischen Körper haben von Proportionen her nur der Kopf und Schwanz sieht anders aus. Ja gut. Nehmen wir zwangsweise sie. Freischaltung. Credits. Du erhältst Credits für das Erfüllen täglicher Missionen und das Spielen des Spiels. Sie können verwendet werden, um neue Charaktere und Anpassungen freizuschalten. Also ihn können wir dann die... Ah, die können wir beide freischalten, jetzt schon. Ich hatte zuerst so ein nervöses Zucken, dass es wieder irgendeine Ingame-Währung ist, wo man ein Zeug für Real-Life-Geld kaufen muss. Das ist alles Blautöne. Das würde ich nehmen glaube ich. Latex und Leder. Gut, wir haben kein Geld für so ein Spiegel. Kram. Warum bin ich wieder in diesem Menü? Ich war doch gerade kurz davor das Spiel zu starten. Na gut, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Ja, das passt. Weitere Optionen, Beschreibung. Den Sieg, ja. Solo, Eroberung normal, benutze definierte Einstellungen. Uh. So was mag ich. Aber wir spielen ganz normal. Ja. Ordentlicher. Servus, Operative. Mittens накdezus, dass wir in Tod der einzelnen Zettorf, alle unsere Er �arse-Geldungen bleiben. Was begann als eine Rescue Mission zwar in conflict, der Korruption verbaut wie ein Wildfire, die sich gehalten hat. Es muss halten. Der Verhandlungen über den Verhandlungen beraten, die Verhandlungen haben威ter uns dieser Wurchsabe. Der Verhandlungen wird noch eine gewisse Erwartung. Das haben wir noch nie weiß, dass seine Power ist konzentrierten bei Verhandlungen. Die Korrupted benutzen sie, um ihre Forze und um ihre Umgebung zu korruptieren. Wir senden Sie zu einem Zone, mit einem großen Cluster von Vornexus-Sites. Wenn die Korrupted sie alle, dann verlieren wir diesen Sektor. Ihre Mission ist, um alle Vornexus-Site zu stabilisieren und zu entfernen die Korrupted. Alles, was wir hier gemacht haben, kann nicht zu verbrauchen. Die Worte können nicht die Gefahr, die Sie sich befinden. Aber unsere Hände sind tiefer. Wir müssen Sie sofort. Good luck, Operative! Komplett separates Spiel. Es würde auch ganz gut passen. Da hätte man in der einen, im Story-Modus die Geschichte, die erzählt wird. Und dann quasi nach der Story fängt das hier an. F, interagieren mit dem nächstgelegenen Objekt. Aber es wurde nichts gehighlighted. Ist in meiner Kapsel nicht was drin? Okay, das sind jetzt die Dailies oder was? Aktualisiert in 30, 23 Minuten. Wir möchten, dass du einen Geproben nimmst. Feuersteine. Irgendwelche organischen Sachen. Und mehr Früchte. Okay, ich hoffe es gibt keinen Nachteil, wenn man die Mission nicht erfüllt. Unidentifizierte Bananenrübe. Scan. Organische Daten plus eins. Narnip. Achso, es ist die selbe Bananen wie eben. Jetzt weiß ich auch, warum der Vergleich in den Kommentaren war mit Subnautica. Subnautica ist ja auch das erste was man macht. Quasi rausgehen und sobald man den scannen, dann hat alle scannen, was man findet. Kommische Käfer. Warum hab ich da gerade den komischen Käfer gesehen? Tamba Blume wächst. Kann man vielleicht regelmäßig farmen? Ähhhhh. Forschungschip. Überleben. Sauerstofffilter. Entwickle ein Sauerstofffiltergerät zur Verbesserung der Sauerstoffeffizienz und längeren Lagerungen. Neun von zwei. Also brauchen nur zwei, wir haben neun. Brauchen wir noch eine Weile zum Forschen. Ok, schmeißen wir das mal an. Oh ja, unsere Sauerstofferzeige geht runter. Das ist nicht natürlich. Der grüne Punkt unserer Kapsel. Ne. Oh. Krok. Also bisher sieht es gut aus und macht Spaß. Ich weiß ja nicht ganz was es mit Eroberung zu tun hat, aber wir müssen wahrscheinlich erstmal alle grundlegenden Sachen finden. Wie scrolle ich hier auf der Karte? Hm. Äh. Wie? Kriege ich noch einen Sauerstoff? Luftzins haben wir jetzt erforscht. Ja, aber wie füllen wir einen Sauerstofftank auf? Das Ding? Ja, er hat nur die Dailies. Braust Feuersteiner, musst Forschung abschließen. Schnellheizung. Standardstoffe. Go. Äh. Wie? Produktionsfenster. Das Ding braucht einen Filter. Du weißt doch nicht, wie man diese Gegenstände herstellt. Ok. Und Harz. Harz hat man bei der einen Pflanze, was rausgetropft ist. Trotzdem sterben wir gleich, wenn sich nichts ändert. Neuraldaten. Davon bräuchten wir noch einen, dann hätten wir einen, der die schon mal durch. Vielleicht kriegen wir nur... Vielleicht kriegen wir nur Sauerstoff, wenn wir Dailies erfüllen. Also wenn wir unsere Aufgaben nicht erfüllen, sterben wir. Was für garstig. Was genau meinst du? Oder wenn man die Sache isst? Ne, haben wir nur das obere bekommen. Ähm. Herstellungskomponente. 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 Scannen deinen Rucksack. Samengegenstand. Kann man auch Pflanzen anpflanzen später? So, mit dem Filter und Feuerstein zusammen sollten wir dann gleich diese bessere Maske herstellen können. Erstmal alles plündern. Oh, ist das ein Portal? Filterung ist durch, dann nimm als nächstes die nächste Textstufe. Ne, nimm mal das. So. Erforscht, dann Bau. Ich brauche einen Luftsack. Erforsche Kettern, um diesen Gegenstand zu finden. Ah, schade. Okay. Wir sind unter der Hälfte. Hier tropft Harz aus. Da ist schon wieder so eine Kreatur. Können wir irgendwie schleichen? Diese Kreatur sieht ziemlich hilflos aus. Meine Beobachtungsfolge scheint sie ziemlich schnell zu sein. Ja, das kann ich bestätigen. Mist. Sauerstoffblase. Füllt sich nach ein paar Tagen wieder auf. Du bist eine Pflanzenfressende Kreatur aber irgendwie stinkig. Das ist wahrscheinlich territorial. Heißt, wir haben es auf der Karte das hoffentlich markiert. Nein. Aber wenn sie wieder aktiv sind, werden sie hoffentlich angezeigt, diese Sauerstoffblasen. Kriegpunkt setzen. Interessante Orte. Es ist nur für Multiplayer. Also ich kann nicht sagen, eine Markierung setzen und die Markierung benennen mit Sauerstoff oder sowas in der Richtung. Ja. Okay. Gucken wir weiter. Jetzt sterben wir schon mal nicht. Die ausgeblichenen Sande. Neutrales Gebiet. Diese große halbtransparente Material fühlt sich unglaublich glatt an. Es sollte nicht allzu schwierig sein, es mit Bergbauwerkzeug abzubauen. Mit einer Spitzhacke. Wenn es unglaublich glatt ist, mit einer Spitzhacke draufschlagen. Pass auf deinen Fuß auf, Mädel. Ne, gut, der Sauerstoff ist fast voll. Ich denke, wir sollen in das Gebiet hier noch nicht hin. Also es ist halt fragt sich, ob es eine Art Progression gibt oder ob die Welt quasi überall jederzeit gleich ist. Geht da somit definitiv nicht hin? Wir haben noch keinen Strahlenanzug. Ja, ja, macht man weg. Wollte ich nur kurz gerne. Es gab schön viel organische Daten. Folgst du mich? Ja. Nichts zum Kämpfen, ne? Okay, jetzt mit Distanz aufbauen. Dann stellen wir uns hier in die Klippe und springen einfach zur Seite. Das funktioniert doch immer. Forschung, Kampf. Und danach Energiewaffen brauchen wir Kristalldaten. Für die Kristalldaten brauchen wir wahrscheinlich zuerst die Spitzhacke. Und ja, man kann ein Lager bauen. Also sehr wahrscheinlich noch eine Farm. Grundlegende Befestigung, Standardbau, Sporenkeimung. Dunkel, okay. Es wird andere Kreaturen draußen. Oh, oder diese Asseln pennen vielleicht nachts und dann kann man sie nachts scannen. Und hier wird so der Hügel? Erdhügel. Erzeugt einen Geruch, der als penetrant bezeichnet werden könnte. Ein Scan kann Aufschluss über die organischen Bestandteile des Hügels geben. Okay, brauchen wir noch ein Bergzeug führen. Ich nehme da mit. Pheeron. Großer Stein ist praktisch darum, Bäddelt aufgebrochen, untersucht zu werden. Einfache Bergbauwerkzeuge sollten die problemlos aufbrechen können. Bauen wir die Rüstung. Unter was zählt eine Picke? Erkunden, nehmen wir doch das da. Oh, es gibt eine Quique, also eine Warteschlange. Wir machen jetzt erst die Stoffrüstung und da den Bergbau. Währenddessen können wir weiter rumruseln. Das hier war das verstrahlte Gebiet, oder? Okay, soviel zu den Asseln. Wo ist Norden? Da ist Norden. Ne, das ist nochmal ein anderes Gebiet. Oh, ist noch mehr. Genau. Geht so schön zurück. Schützender Bodysuit. Braucht Tambi-Tücher? Die Tambi-Tücher können wir, glaube ich, auch schon herstellen aus Fasern. Richtig. Herstellen. Ist Instant. Und gibt Erfahrungspunkte. Fahnschutz, kritisch. Kälteschutz. Oh, okay, warte. Ist das hier warm? Ja. Wir haben auch schon so eine Hitzestick, um gegen sowas anzustehen können. Also die Survival-Aspekte sind merkbar. Sehr gut. Ausdauer ist auch ziemlich niedrig. Welche von den Pflanzen macht? Oh, die macht coole Ausdauer, ne? Bergbau. Braucht mehr Tambi, also mehr von den Fasern, mehr Feuersteine. Brauchen allgemein mehr Feuersteine. Werden die auf der Karte auch irgendwie dargestellt? Harzhügel-Tambi-Blüte. Ich glaube nicht. Also es ist schon ganz gut gefiltert. Dass man grob erkennen kann, was was ist. Aber ich weiß das Symbol für die Feuersteine noch nicht, wenn es die überhaupt hier gibt. Oh, da unten sind Feuersteine. Okay. Ein Blitz ist das Symbol. Also wir müssen aus Südwesten. Ja, es wird bestimmt gleich wieder morgen. Alles gut. Also Südwesten. Es geht doch ziemlich schnell runter. Und wir frieren auch hier. Schade, das wäre vielleicht ein heißes Gebiet und dann geht das irgendwie. Die Kreaturen da unten brauche ich gerade eher weniger. Tamba fehlt jetzt nur noch. Wir frieren gleich. Können wir schnell so einen Thermostab bauen? Ja, können wir. Okay. Dient auch gleichzeitig als Fackel. Das kommt mit. Wir brauchen noch ein, zwei von diesen komischen Faserpflanzen hier. Und dann können wir die Picke bauen. Ne, ich habe das falsche abgebaut. Ach, haben die Tamba-Blüten vielleicht nicht immer die Fasern, sondern manchmal nur die Früchte? Okay, ist wieder Tag. Ich wollte dich eigentlich nur deaktivieren. Wie packe ich dich ins Inventar? Und die Slots hier voll. Ne. Wir können hier nicht ins Inventar packen. Schon ein bisschen unpraktisch. Na gut. So, da war jetzt eine Faser drin. Zwei. Drei. Blablabla. So, was kann man schönes alles gehen? Chance auf 15% die doppelten Kristalldaten aus Mineralien zu erhalten. Für uns hat 15% mehr Schaden mit allen Spitzhacken und Schaufeln. Nimmst du die ganze Skilltree? Das ist nicht so. Ja, komm. So. Und dann hätte ich gerne Netzbauplan. die Spitzhacken. Also die Spitzhacken passt da unten rein. Ich weiß nicht, warum der Thermostab nicht passt. Aber egal. Dann suchen wir uns jetzt doch mal einen schönen Stein. Du. Ja. Und weggeschmissen. Sehr komisch. Egal. Abbauen. Ja. Feuerstein. Erz. Das Erz werde wahrscheinlich irgendwo einschmelzen müssen. Du bleibst da liegen. Können wir... Ich würde ganz gerne noch ein, zwei Sachen aufbauen, um zu gucken, wie das System funktioniert im Spiel. Schön dran denken, Sauerstoff wieder aufzufüllen. Infrastruktur. Einfache Werkstatt. Boah, schön. Bringt eine Werkbank. Wo sollten wir am ehesten sowas bauen? Also hier in der Mitte ist schon recht... Was ist das da? Im Kampf. Achso, weil wir in der Nähe waren von irgendwas garstigem. Also in der Mitte sieht schon sehr auffällig aus, dass man da eine Basis bauen könnte. Und es hat auch nur drei Zugänge. Es soll so eine Art Tower Defense Komponente in dem Spiel geben. Ah, das heißt nur wenig Zugänge haben ist schon ganz angenehm. Ich glaube, ich annektiere einfach diesen Alien-Bereich hier. Ich brauche mal eine Base in Anführungszeichen da rein. Das ist gern abgeschlossen. Energiegeladener Samen. Diese Samen kann verwendet werden, um andere Gegenstände zu Pflanzen mutieren zu lassen. Und zu modifizieren, um Komponenten zu erhalten. Was? Also man kann sich damit heilen und irgendwelche Sachen ummutieren. Äh... Ja, okay. Das... Naja. Das Pacing sieht mir bisher aber relativ schnell aus. Also gerade, was die Forschung angeht. Es wird nicht irre lange sein, das Spiel. Zumindest das, was im Content bisher da ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier mehr als 20-30 Stunden reinsteckt. Je nachdem, wie viel schwieriger das dann wird. Hm... Ich bin vielleicht einfach nur von Terra Invicta, Factorio und ähnlichen Spielen ein wenig. Andere Trees gewinnt. So... Bau... Ja... Okay, wir brauchen mehr Tambor und wir brauchen mehr Feuersteine. Währenddessen kannst du... schon mal Kisten erforschen? Ja... Können wir direkt hier sagen, dass du... so scheitert. Ich könnte auf der Minimap vielleicht sagen, geh dahin, sammle das, geh dann dahin, sammle das. Das würde schon ein wenig Zeit sparen. Aber hier sind es ja so viele von den Pflanzen, das geht flott. Heute können wir der Picke auch hauen. Ja! Also wenn... irgendwas uns wieder angreift, können wir aber drauf klatschen. Das klingt gut. Ah, hier... unten waren Feuersteine richtig. sah nachts sehr anders aus. Ich würde es mal so drehen, dass ich auf den Feind kommen sehen kann. brennender Kristallcluster. Alles abbauen. Blutkristallen. Ich würde da eigentlich nur ein paar Feuersteine haben. Genau, die da. Zehn Stück brauchten wir, glaube ich. Der Kampf ist bisher noch relativ überschaubar. Also wir können einfach von allem weg laufen. Schauen wir mal, ob sich das später noch ändert. Und dafür, dass das jetzt ein Eroberungs-Modus sein soll... Ich weiß nicht, es fühlt sich an wie ein ganz reguläres Spiel. Nicht irgendwie Gebiete und regelmäßige Angriffe und Sachen erobern und was auch immer. Sind aber auch erst seit einer halben Stunde dabei. Mal gucken. Ich hätte halt echt sowas mehr erwartet. Irgendwie ein Grid oder verschiedene Gebiete. Und da hat man Druck und muss nach und nach dahin gehen und da schnell was machen. Weil es halt ein extradizierter Spielmodus sein soll. Wo ist Sauerstoff? Da ist Sauerstoff. Pink. Okay. Haben wir genug? Ein Feuerstein willst du mich veräppeln? Überwucherte Wildnis. Kriegen wir hier irgendwo schnellen Feuersteinen? Interessant. Ein Monolith. Sind irgendwelche Affen in der Nähe? Karte sagt... Kein Feuerstein in der Nähe. Was bist du jetzt? Gab es da einen Daten? Das ist ein Schnellreisesystem. Warum auch immer da was hin zeigt. Die Spitzacke ist nicht zum töten gedacht. Fleisch. Gleich. Erst musst du dich heilen. Selbst. Sind ein paar mehr, ja. Ich glaube, ich habe... Ja, die brauchen eine Sekunde zum Angreifen. Sobald sie stehen. Das heißt, einfach immer wieder Distanz aufbauen. Das ist nur diese Taktik. Das Spucken ist gar sich von denen. Ne, ne, du bist fast tot. Der ist anders. Das sind die Spucker, ne? Die beiden. Wir haben gleich ganz viel zu essen. Keine Sorge. Ja, ziehen wir zurück. Feuerstein braucht nur noch einen. Heilen. Ist hier auf dem Weg, aber... Nichts, glaube ich. Äh, so. Heilen. Inhalieren. Eine Alien-Junge, die Giftstoffe filtert, kann verwendet werden, um meine Sauerstoffvorrat wieder aufzufüllen. Okay. Ein Panzer. Brauche ich denn was zum Essen? Weichhaltige Erde. Diese Erde steckt voller Mineralien. Das ist Dünger. Ja, definitiv arm. Nee zur Produktionsbank, wir brauchen immer noch einen Feuerstein. So erstmal jetzt Feuer. Und dann gleich runter zu der Einpflanze, hier müsste gleich eine kommen. Wächst, wächst, wächst. Zu viel geplündert. Alles noch am Wachsen, drüben sind diese Bananen-Dinge, gucken wir, ob wir gleich instant sterben oder Schaden nehmen. Ja. Essen. Okay. Oh, ich glaube, wir nehmen jetzt aber Schaden wegen der Kälte. Und ich will dem Essen gerade. Gut, 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 werkt man? All this hard work is paying off. Ah, okay, also es gibt einen Grid und an dem Grid kann man sich orientieren. Ich liebe Grids. Und wir können nicht hier drin bauen. Okay. Ähm. Dann würde ich sagen in der Nähe von dem Schnellreisesystem. Nutrients low. Ich baue es erstmal hier hinten. So, verwenden Lagerkiste, brauchen mehr Erz. Was? Also die meisten anderen Sachen konnten wir einfach so im Inventar herstellen. Und jetzt mit dem Ding. Ja, warte. Und jetzt mit dem Ding können wir abgefahrener Sachen herstellen. Solarenergie, Stromschalter, Solarfelder, Stromleitung. Okay, das kann interessant werden. Ah, Teleportation für wenn man mehrere Basen später hat. Und ein eigenes Schnellreisesystem aufbauen will. Klingt auch sehr gut. Kraftfeld wahrscheinlich für die Tower Defense Geschichte. Windenergie, Energiereaktor. Guck mal nach dem Rucksack. Der wird wahrscheinlich immer mehr Fasern brauchen, als wir gerade haben. Zehn Credits. Achso, weil wir länger gespielt haben. Ja. Was ist eigentlich mit unseren Dailies? Ja, da müssten wir halt Sachen abgeben, die wir ja nicht selber brauchen. Ja, wir verhungern fast durchgehend und die Feuerstände brauchen wir für fast alle Rezepte. Ich sehe uns nicht die Dailies einigermaßen schnell machen. Auch mehr. Mehr von allem. Vor allem was zu essen. Die hatten jetzt kein Essen, die Jungs, ne? Schade. Ja, hier ist der Akron. Ich finde es momentan noch ein wenig gewöhnungsbedürftig hier unten. Ist das hier ein noch anderes Gebiet? Ja. Also es scheint nicht so zu sein, dass jetzt ein Gebiet vorgesehen ist für Level 1 bis 5, ein Gebiet ist vorgesehen für Level 5 bis 50 oder was auch immer. So, dass man wirklich sich schnell umgucken kann. Bio-Bilds. Treibstoffquelle. Also das muss ich sagen mag ich. dass man nicht zu sehr gebunden ist. Du siehst gefährlich aus. Fleischige Pflanze. Braucht Essen. Warte. Hermessen. Kleines bisschen zumindest. Oh, Ruin. Nutrients. Critical. Aber, wenn das Inventar so für mich verwirrend ist, was ist das? Dann mit dem Rucksack. Minipack braucht Zitterlingenpanzer. Lass mich ran. Die Zitterlinge sind diese kleinen Asseln, die immer wieder abhauen. Da müssten wir wahrscheinlich ein Netz für bauen. Herstellen. Das sieht langsam okay aus. Äh, wie kommen wir nach Hause? Hier nach Südosten. Das Ding. Da muss ich erst ein bisschen entspannen. Aufheben. So. Zitterling gefangen. Schlachten. Fleisch. Leichter grüner Panzer, der über starke Hitzeresistenz verfügt. Stich können wir direkt... Oh. Das stand essbar. Aber war wohl nicht so nahhaft. Oder muss es wohl kochen? Oh, es ist ganz schön viel Sauerstoff drin. Produktion. Ähm. Produktion. Ne, warte. Produktion. Jetzt haben wir den Panzer. Wir brauchen noch ein Tamba-Seil. Tamba-Seil können wir... Müssen wir das auch noch erforschen? Ja. Dieses Fieb-Geräusch von dem hin und her scrollen würde ich, wenn ich weiterspielen würde, was ich jetzt erstmal nicht machen werde, was hin und letztes ist. Ähm. Würde ich glaube ich auch runter drehen. Das Geräusch ist doch schon... Ja. Ohne Werkbank. Kein Schaden genommen? Okay. Brauch mehr Asseln. Zum Testen. Hab ich noch was anderes dabei haben können. Ah, ist einer. Aufheben. Schlachten. So. Parasiten entdeckt. Dieses kleine Stück Fleisch enthält Parasiten, die harmlos sind, wenn man sie kocht. und rohe Nahrungs-Geräusche. Also ja. Und... Wir haben keinen Platz mehr. Heißt, wir produzieren jetzt so ein Seil. Wer... Werfen ein so ein Panzer weg. Produzieren jetzt ein Seil. Und produzieren damit ein Minipack. Und haben jetzt vier Slots mehr. Okay. Wie schaut's aus mit was zum Kochen? Energieerhaltung, Veredelung von Materialien. Nahrungsveredlung. Entwickle dir spezielle Anlage zur Nahrungsveredlung, die automatisches Kochen ermöglicht. Manuelles Kochen würde mir schon vollkommen reichen. Ach. Ratter das mal durch. Ich brauche... Die Tamba Bloom selber machen nur diese Fasern. Richtig? Ganz selten mal. Die Früchte drauf kann man sich nicht verlassen. Bullcrook wäre nicht... Die Narneps. Die Narneps sind eine primäre Energiequelle. Richtig. Samen ist für die Heilung. Ja, der, der hupt nur rum. Der Große, der macht nichts. Nutrients kritisch. Ich versuch, ja. Wir könnten gucken, ob wir das Fleisch einfach so neben das Feuer werfen können, dass es dann irgendwann vor allem gegangen wird. Forschungsschiff, Veredelung. Analysiert Materialien, um eine Anlage zu entwickeln, die Erze in Metalle oder Panzer in Kohlenstoff umwandeln können. Ich brauche deutlich mehr Mineraliendaten. Elektrische Drähte werden freigeschalten. Okay, vielleicht doch mehr als 20 Stunden Spielzeit drin. Wenn man das alles ordentlich freischalten will. Ja, gut. Ich denke, für den ersten Einblick sollte es reichen. Für mich ist es eine Mischung aus Don't Starve und Subnautica bisher. Also Subnautica primär während dem Scannen und der Art, wie man Sachen aufbaut. Naja, also ist okay. Es ist putzig. Es scheint mehr Content zu haben, als ich zuerst dachte. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen. Und man sieht es bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.